Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Blackflex. Ja, es regnet nicht mehr. Nein. Aber kein Thema, kein Problem. Denn es hat sofort aufgehört, als ich mit der Folge aufgehört hatte. Und ich habe ja gesagt, ich sammle die Dinger nur mal schnell ein und dann geht es gleich weiter. Sehe ich das da gerade richtig? Ist das eine Insel? Aber wie cool ist das denn? Gefechtsrollen! Feuer! So nicht? Anode bereit! So auf jeden Fall nicht. Feuer! Na, in guter Treffer können Sie sie laufen. Und der erste ist weg. Das hat Schaden angewischt. Feuer! Juhu! Da 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 da. Feuer! Oh, das war ein Fail. Der nächste Triff. Feuer! Oh, schöner Treffer, schöner Treffer. Feuer! Feuer! Einfach mal so reinballern. Feuer! Feuer! Geht zu schießen, Captain! Bleib standhaft, Jons! Feuer! Ja! Feuer! 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 Sie feiern, Feier! Getroffen, Captain! Sie feiern, Sir! Na, so. Feuer! Dann standhaft Jons! Feuer! Aber wo fehlt das denn noch? Ups. Feuer! Dann gegen nach Feuer! Feuer! Dann standhaft Jons! Mensch, wo fehlt das denn hier noch? Feuer! Feier, Feier! Den Treffer können Sie sie lahmlegen. Feier! Verreißen, schießen, Ketten. Yeah! Noch mal was kaputt. Feier! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt. Feier! Feier! Einfach mal auf gut Glück. Alter, das Ding macht mich hier noch fertig. Weniger oder weniger, Ketten. Ah, okay. Zwei Verteidigungen noch. Was fehlt noch da? Was fehlt noch? Die zwei Stellen hier fehlen noch. Oh shit, shit, shit. Schieß auf die Wien, sobald sie im Wasser sind. Bereit zu feiern, Sir. Oh fuck. Oh fuck. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist mir doch egal. Das ist mir doch egal. Ihr Gegner, feuert! Feuer! Feuer! Sag nur das Wort. Halt! Oh 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 oh. Komm schon, nur noch dieses eine Stück hier. Bereit zum Feuern, Käpt'n! Feuer! Äh, dieses eine Stück nur noch. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Käpt'n! Hä? Ah, da. Hm. Hm. Oh fuck, alter. Shit, 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 shit. Gleich sind wir Fischfutter, Käpt'n! Gleich sind wir Pfutter für die Heide! Der Gegner bekommt Verstärkung, Sir! Triff sie aus sicherer Entfernung mit dem Mörder! Feuer! Feuer! Da, Käpt'n! Ja! Alter, war da schwer. Ach, du Scheiße. Jo, wegen dir hab ich verkackt. Hab ich gehört. Feuer! Noch ein Treffer und ihr Segelhalten! Los geht's! Das Schiff feindliches Feuer! Wir wurden in Brand gesteckt! Feuer! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Tag, Gegner feuert! Kanone bereit! Alter, verpisst euch! Feuer! Was? Nein! Alter! Wie soll man da denn überhaupt klackholen? Oh Mann! Das ist auch echt nicht fair. Wir haben uns solche Mühe gegeben, die blöde Zöchter... Ach! Ich kann es sogar noch! Oh, das ist... Oh, wunderbar! Ich hätte mich jetzt so aufgeregt, wenn wir das nochmal alles machen müssen. Nur wegen diesem blöden Verfolger, Alter. Achso, und wenn sie uns dann kriegen, dann... Ich frage mich gerade, ob auch unsere... Ah, ne, unsere Sachen, sondern... Ja, was bringt das dann, wenn wir kaputt gehen? Eigentlich grau nix. Na ja, dann holen wir uns jetzt mal endlich. Noch ein Stück. Oh, ja! Okay, hier sieht es ein bisschen anders aus. Aber das sollte kein Problem werden für mich. Ja, vielleicht doch. Oh, zwei. Aber das scheint ja auf jeden Fall ein stärkeres Fod zu sein. Du schlägst mich nicht nochmal. Äh... Du... schlägst... mich nicht nochmal. Das, wenn der immer hier gleich persönlich werden muss. Äh, was? Okay. Ich lass das mal. Oh, das war einfach... Ach, ich muss sogar drei töten. Okay. Ja, los, dann komm. Ähm... Wieso kann... Hey. Ich will mir, glaube ich, erst mal den. Der ist näher dran. Und weg damit! Oh, cool. Und weg damit! Gehen wurde hingehörst. Hihihihi. Auf zum Letzten. Ja. In die Eier geboxt. Achso, jetzt haben wir gewonnen. Oh, ist aber ziemlich weit unten. Du hast diese Insel hier nicht verdient. Ja, dann gucken wir mal an, was... ... man so alles aufdecken kann. Ja, das ist so einiges. Oh, und wieder ein legendäres Schiff. Buckelwahl. Ja. Hier gibt es ein paar Sachen, die man sich noch holen kann. Auf jeden Fall. Aber ich bin hier noch längst nicht fertig. Hier gibt es noch zwei Ton und... ... zwei Fragmente, die ich gerne mir holen würde. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Captain. Brauche ich aber nicht. Ich bin neutral. Wieso ist denn hier die Tür zu? Weil er mich verarscht nicht, aber ich... ... und hier kann ich jetzt auch nicht mehr hoch. Äh. Ah, hier gibt es eine Treppe. So geht das ja mal nicht. Ah. Ruhe. Meine auf jeden Fall. Oh, ich habe ja wieder... ... fast 12.000. Yay. Ich bin wieder halbwegs reich. Ah. Da oben ist sie. Aber wieso wird mir denn sie schon... ... sagen, jetzt zeigt er, jetzt wäre es auf meine Ebene. Merkwürdig. Ich würde auch sagen, dass das hier die letzte Folge für diese Aufnahme ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Aber dann... Wohlmöglich. Suizid. Oh. Das war eigentlich gar nicht gewollt. Kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Wartet kurz. Ich kann euch helfen zu verschwinden. Ahoy, can we. Obwohl, ich würde den Auftrag auch noch gerne machen. Vielleicht mache ich dann ja noch eine weitere Folge, weil wir sind ja schon ziemlich am Ende. Und die Fragmente will ich auf jeden Fall noch machen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Jetzt wollen wir uns erstmal dieses eine Fragmännchen hier. Das können wir auf jeden Fall nicht draufgehen, wenn wir... ... wenn wir runterspringen, weil wir sind ja schon unten. Das wäre jetzt cool, wenn so die Windhosen ja auch noch entgegenkommen würden. Das hätte was. Okay. Dann auf zum Auftrag. Oh. Schon sah's schlechte Wetter wieder weg. Oh. Oh. Ja. Komm schon. Du brauchst einfach nur runterspringen. Aber wer greift denn da gerade um sich? Mission starten. Was müssen wir denn machen? Oh. Schwierigkeit 4. Seid gegrüßt, Freibeuter. Euch bietet sich nun die seltene Gelegenheit, im Namen der Rechtschaffenheit und des Gesetzes zu handeln. Oh. Ein Halunke, der sich als Kapitän ausgibt, segelt an Bord eines britischen Kriegsschiffs. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind zu zahlreich, um sie alle zu nennen. Wenn ihr sein Schiff entern und sein ehrloses Leben beenden könnt, wird man Euch wie einen Helden feiern. Unterzeichnet Milo von der Graf. Ehrbarer Kaufmann und Freund. Ja. Machen wir doch mal. Äh. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.